Hallo, willkommen zur Syntax-Vorlesung. Wir sind in Woche 10 angekommen und sprechen heute über Subjekte und Prädikate. Zwei Begriffe, die in der Schulgrammatik irrsinnig wichtig sind. Und wir schauen mal, was daran ist. Der Überblick wie immer. Relationen und Prädikate ist das Oberthema. Wir schauen uns die spezifischen Themen an. Warum ist der Begriff Subjekt überflüssig? Nicht falsch, nicht unnütz, aber eigentlich überflüssig? Und warum ist der Begriff Prädikat problematisch, zumindest in seiner Anwendung in der Grammatik, in der Schulgrammatik zumal? Sie merken wahrscheinlich schon, dass ich hier bestimmte Probleme mit der Schulterminologie sehe, aber gerade deswegen ist das heute wichtig. Was sind Relationen nochmal? Nun ja, wir haben über Kategorien gesprochen, also zum Beispiel Wortklasse, Numerus, Tempus, Komparationsstufe, Kasus. Und die sind jeweils für eine Einheit definiert. Zum Beispiel ein Wort steht in einem bestimmten Tempus, hat eine bestimmte Wortklasse und so weiter. Relationen sind nun anders. Sowas wie Subjekt und Objekt hat eigentlich nur eine Bedeutung relativ zu einem gegebenen Verb. Ergänzung und Angabe sind auch relationale Begriffe, denn einer bestimmten NP oder PP sehen wir ja nicht an, ob sie Ergänzung und Angabe ist. Das können wir erst entscheiden relativ zu einem Verb oder ganz allgemein zu einem anderen Wort. Das Prädikat wäre ebenfalls einer dieser Begriffe. Das wäre dann das Prädikat des Satzes, das heißt ein bestimmtes Verb können wir erst dann als Prädikat klassifizieren, wenn es in einem bestimmten Satz vorkommt. Attribute sind relativ zu einem Kopfsubstantiv oder Kopfnomen im Allgemeinen definiert und wir sehen, alle diese Begriffe beschreiben etwas zwischen zwei Einheiten. Das ist genau der Unterschied zwischen Kategorien auf der einen und Relationen auf der anderen Seite. Und damit kommen wir zu den Subjekten. Die Kernfrage wird sein, ob wir den Begriff Subjekt wirklich brauchen. Wir können ihn, auch falls wir ihn nicht brauchen, natürlich selbstverständlich verwenden, aber es hilft uns, glaube ich, wenn wir uns klar werden, was dieser Begriff eigentlich leistet. In Schulbüchern sehen wir sowas wie, in jedem vollständigen Satz wird das Prädikat durch das Subjekt ergänzt. Das Subjekt nennt die Person oder die Sache, von der das Geschehen ausgeht oder zu der ein Zustand gehört. Das ist nicht von mir erfunden, sondern aus einem relativ aktuellen Buch von Klett für die fünfte und sechste Klasse. Na, was sagen wir denn dazu? Wetterwerben, haben die ein Subjekt? Passiv-Sätze, haben die immer ein Subjekt und gilt, wenn sie eins haben, diese Beschreibung hier. Subjekt-Sätze, beschreiben die eine Sache oder eine Person? Wahrscheinlich nicht, um nur einige der wichtigsten Probleme zu nennen. Vor allem stimmt die Aussage nicht, dass jeder Satz, der Vollständigkeit für sich beanspruchen möchte, ein Subjekt enthalten muss. Sie werden sehen, wenn wir über Passive sprechen, dass es eine große Zahl von völlig normalen Sätzen gibt, die kein Subjekt enthalten. Es ist also auf jeden Fall nicht zielführend, von solchen Definitionen auszugehen, da sie ganz offensichtlich einfach nur falsch sind. Wir können uns aber anschauen, was denn im Allgemeinen als Subjekt bezeichnet wird. Wir rollen das Ganze also von hinten auf und schauen dann, wie wir das definieren können, was ein Subjekt sein soll. Die Subjekte sind hier immer eingeklammert und blau markiert. Frau Bröggenolte backt einen Kuchen. Das Subjekt kann nicht weggelassen werden. Backt einen Kuchen ist ungrammatisch. Herr Uhl raucht. Herr Uhl wird wohl das Subjekt sein und wir sehen, wir können es nicht weglassen. Es regnet. Es regnet. Wir können das S nicht weglassen. Aber Sie sehen, dass es sehr schwierig ist zu sagen, dass es das Ding beschreibt, von dem das Geschehen ausgeht oder zu dem ein Zustand gehört. Das müssten Sie zusätzlich motivieren, wenn Sie die eben gezeigte Definition verwenden wollen. Dass Herr Ölschlegel jeden Tag Staub saugt, nervt Herrn Uhl. Auch dieses Subjekt können wir nicht weglassen, aber es passt auch überhaupt nicht zu der eben gegebenen Definition. Das ist ein Subjektsatz. Zu Fuß den Fahrstuhl zu überholen, machte mir als Kind Spaß. Auch dieser Zu-Infinitiv, der Subjektstatus hat, ist nicht weglassbar. Und diese Dinge, die ich Ihnen hier zeige, werden alle in den ganz normalen, deskriptiven Grammatiken auch als Subjekt behandelt. Das ist also jetzt hier nicht ein Strohmann-Argument, wo ich selber Dinge als Subjekt definiere und dann sage, die Definitionen funktionieren nicht. Es friert mich. Mich friert. Oh, es scheint kein richtiges Subjekt zu sein und wir können es weglassen. Zu diesen Fällen kommen wir natürlich auch noch. Wir sehen, dass es sich in den hier gezeigten Fällen bei dem Subjekt um eine meistens nicht weglassbare Konstituente handelt, die vermutlich regiert ist. Und eine Ergänzung, wenn sie nicht weglassbar ist, dann ist es wahrscheinlich eine Ergänzung. Wir sehen also, wir haben es hier mit obligatorischen Ergänzungen zu tun und sie werden vermutlich regiert vom Verb des Satzes, in dem sie vorkommen. Was ist denen jetzt gemein? Was können wir also als definitorisches Kriterium finden, das alle diese Fälle, die hier blau markiert sind, umfasst? Und wir werden sehen, das sind ganz normal die verbregierten, kongruierenden Nominative. Was wird denn alles Subjekt genannt? Nun, regierte Nominative, wie wir gesehen haben, die mit dem Verb kongruieren, Sie erinnern sich, es gibt Subjektverbkongruenz, oder Nebensätze an der Stelle solcher Nominative. Der Zu-Infinitiv- und der Das-Satz auf der letzten Folie ersetzen jeweils eine NP, und zwar eine, die stünde sie dort im Nominativ stünde. Nebensätze selber haben natürlich keine Kongruenzmerkmale, keine nominalen. Es ist also nicht zielführend zu sagen, der Subjektsatz steht im Nominativ, Singular oder was auch immer. Haben wir es mit einem satzförmigen Subjekt zu tun, so steht das Verb einfach in der dritten Person Singular. Das ist quasi ein Sonderfall für die Subjektverbkongruenz. Und wenn wir diese Definition zugrunde legen, dann haben wir es. Dann haben wir alle Fälle beschrieben, die als Subjekt bezeichnet werden. Wir haben also hier nichts mit Satzgegenstand, Handelnden, Personen und so weiter zu tun. Nein, es ist eine ganz einfache grammatische Definition, die ausreicht. Und Sie haben gesehen, die Definition mit Satzgegenstand, Handelnden und so weiter, Personen, von der das Geschehen ausgeht, die stimmen einfach nicht. Wenn Sie sich die Sätze anschauen, die ich Ihnen gegeben habe, und die Beispiele für Subjekte, dann werden Sie sehen, dass nur ein kleiner Teil dieser möglichen Subjekte von der Definition beschrieben werden. Die Frage ist natürlich, ob wir den Begriff dann überhaupt brauchen, wenn es einfach die regierten Nominative, die mit dem Verb kongruieren oder Nebensätze an deren Stelle sind. Nun ja, Sie sehen schon, das war relativ lang, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich ist der Begriff überflüssig, aber ganz praktisch als Abkürzung. Denn sonst müssten wir jedes Mal sagen, der regierte mit dem Verb kongruierende Nominativ oder ein Nebensatz an dessen Stelle. Subjekt ist wesentlich griffiger. Nun wissen Sie, was Subjekte sind, und Sie können vor allem genau definieren, was Subjekte sind und wie man sie erkennt. Wir schauen uns jetzt Fälle an, eigentlich nur das Wort es, weil es da manchmal Schwierigkeiten gibt zu sagen, naja, ist es ein Subjekt oder irgendetwas anderes. Denn es ist nicht, was es scheint. Hier sehen Sie die Beispiele, die wir jetzt klassifizieren möchten. Es öffnet die Tür, zum Beispiel das Kind oder was auch immer es hier bezeichnet. Sie haben vielleicht bereits eine Intuition, dass diese S nicht alle grammatisch dasselbe sind. Wir werden nun jedes dieser Vorkommen von S einer bestimmten grammatischen, syntaktischen Kategorie zuweisen. Das mag Ihnen vielleicht etwas abseitig vorkommen, im Sinne von, dass es kein wichtiges Problem ist für die Syntax des Deutschen. Aber an dem Punkt läuft Ihr gesamtes Syntaxwissen zusammen und erklärt die Unterschiede, die wir hier sehen. Deswegen ist es einfach extrem lehrreich, sich mit diesen Formen von S, die wir hier sehen, zu beschäftigen. Ich unterstelle, dass wir uns einig sind, dass diese S alle im Nominativ Singular stehen. Das setze ich jetzt voraus. Als erstes können wir nun fragen, ob das Pronomen S hier durch ein Vollpronomen, zum Beispiel dieses, ersetzbar ist. Dann sehen wir, dass das nur für das Erste der Fall ist. Dieses öffnet die Tür. Zum Beispiel, wenn wir über mehrere Kinder reden. Dieses öffnet jetzt die Tür. Mit all den anderen Beispielen geht das nicht. Dieses regt mich auf, dass die Politik versagt. Dieses öffnet ein Kind die Tür. Dieses wird jetzt gearbeitet. Dieses friert mich. Dieses regnet in Strömen. Ist das Pronomen S durch ein Vollpronomen, also einfach ein Demonstrativpronomen zum Beispiel, ersetzbar, dann handelt es sich um ein ganz normales Subjektpronomen. Der erste Fall ist also klassifiziert und wir können ihn zur Seite legen. Die nächste Frage, die wir stellen, ist, ob im gegebenen Satz S zusammen mit einem Subjektsatz auftritt und mit diesem korreliert im Sinne des Korrelats, das wir letzte Woche besprochen haben. Dann sehen wir, das ist nur im zweiten Satz der Fall, denn nur hier haben wir einen entsprechenden Satz, Nebensatz zumal. In den Fällen handelt es sich bei S um ein Korrelat, wie wir es letzte Woche besprochen haben. Auch Fall B gilt damit als erledigt. Wir schauen uns die nächste Frage an und jetzt wird es interessanter. Dann muss das Pronomen S, wie es hier vorkommt, immer in Satzerstpositionen im sogenannten Vorfeld stehen. Und kann man es jederzeit weglassen? Wenn ja, dann haben wir es mit diesen beiden Fällen zu tun. Es öffnet ein Kind die Tür. Es wird jetzt gearbeitet. Dann haben wir es mit einem sogenannten positionalen S zu tun, auch einfach Vorfeld-S genannt. Und das hat eigentlich nur die Funktion, das Vorfeld zu füllen, wenn wir sonst nichts in das Vorfeld stellen möchten. Wir könnten C umformen in ein Kind öffnet die Tür und D in jetzt wird gearbeitet. In Satz C haben wir bereits ein Subjekt, nämlich ein Kind. Und dieses S kann nicht das Subjekt sein. Deswegen können wir es hier auch einfach verdrängen und ein Kind an die Stelle stellen. Oder eben die Tür, die Tür öffnet ein Kind und so weiter. In D haben wir es mit einem unpersönlichen Passiv zu tun. Dazu kommen wir nächste Woche noch. Hier wird einfach S ins Vorfeld gestellt, weil es kein Subjekt gibt. Sehen Sie das? Jetzt wird gearbeitet. Der Satz hat kein Subjekt. S hat in diesen Sätzen aber allein schon deshalb keine Subjektfunktion, weil es nicht mit dem Verb kongruieren muss. Es öffnen zwei Kinder die Tür. Sehen Sie das? Die anderen beiden Fälle E und F bleiben übrig, denn wir können das S hier aus dem Vorfeld verdrängen. Mich friert es, in Strömen regnet es. Das geht. Diese beiden, für die die bisher gestellten Fragen jeweils mit Nein zu beantworten waren, bleiben jetzt übrig und wir können uns überlegen, ob sie weglassbar, also optional sind. Wenn ja, dann handelt es sich um eine fakultative, also weglassbare Ergänzung. Mich friert. Sie sehen, man kann es weglassen. Bei sogenannten Experiencer-Verben. Das sind solche Verben, die beschreiben, dass jemand etwas erlebt. Einen emotionalen Zustand zum Beispiel oder das Gefühl von Kälte in dem Fall. Wenn Nein. Wir können es also nicht weglassen. Wir können es aus dem Vorfeld vertreiben. In Strömen regnet es, aber wir können es nicht weglassen. In Strömen regnet. Dann haben wir es mit einer obligatorischen Ergänzung zu tun, bei sogenannten Wetterverben. Die heißen Wetterverben, weil sie ganz oft Wetterphänomene beschreiben, aber nicht nur. Diese beiden hier sind tatsächlich so etwas wie Subjekte. Aber Subjekte, die auf die Form S festgelegt sind. Das ist sehr seltsam. Das Verb sagt, ich möchte es als Subjekt und nicht einfach irgendein Nominativ. Die Ergänzung ist hier also absolut auf es festgelegt. Das war nun also das, was ich Ihnen zu Subjekten sagen wollte. Wir kommen noch mal kurz zu den Prädikaten. Man redet gerne vom Prädikat und meint das sogenannte Satzprädikat. Jeder vollständige Satz besitzt ein Prädikat. Es drückt aus, was im Satz geschieht oder ist. Das Prädikat ist der wichtigste Bestandteil eines Satzes. Von ihm hängen die anderen Bausteine des Satzes ab. Das Prädikat ist immer eine konjugierte Verbform. Das sieht ein bisschen so aus, als hätten wir einen Begriff definiert, für den wir eigentlich schon einen Begriff haben. Diese Definition stammt aus demselben Klettbuch wie die vorhin gegebene. Wir können, wie ich schon angedeutet habe, überlegen, was jetzt überhaupt noch der Unterschied sein soll zwischen Prädikat und dem finiten Verb. Diese Definition legt nahe, dass es sich bei dem Prädikat um ein finites Verb handelt. Was ist dann mit analytischen Verbformen, das ich geklebt haben durfte? Da habe ich jetzt drei Verben. Welches ist denn nun die konjugierte Verbform? Konjugiert sind sie eigentlich traditionell gesehen alle drei. Die semantisierte Definition, es beschreibt, was geschieht oder ist, ist sehr problematisch. Denn Chloe spielt Tennis. Der ganze Satz beschreibt, was geschieht oder ist. Woran erkenne ich, dass das Subjekt hier nicht zum Prädikat gehört und die Objekte nicht zum Prädikat gehören? Vielleicht ist ja gemeint, das Prädikat ohne das Subjekt beschreibt, was im Satz geschieht oder ist. Dann bleibt hier aber spielt Tennis als Prädikat. Es gibt Ansätze, die tatsächlich das als Prädikat bezeichnen würden. Das ist eher selten und am Ende genauso problematisch. Sie sehen, ich habe mit diesem Begriff tatsächlich Probleme, denn es ist ein semantischer Begriff. Wir brauchen ihn, wenn wir mit Prädikatenlogik zum Beispiel Satzsemantik modellieren. Dadurch hat er aber in der Schulgrammatik einfach nichts verloren. Wir können in der Schulgrammatik wunderbar über Verben reden und brauchen nicht den Begriff des Prädikats. Und ich glaube, Sie sehen, dass diese Definition, selbst wenn Sie mit dem Begriff arbeiten wollen, nicht geeignet wäre. Wir fassen hier das Satzprädikat im Wesentlichen als die Verben, die im Verbkomplex stehen, zusammen. Mehr ist es nicht. Prädikativergänzungen sind nun Ergänzungen, die etwas Prädikathaftes haben, aber keine Satzprädikate sind. Schauen Sie sich das an. Stieg wird gesund. Stieg bleibt ein Arzt. Stieg ist, wie er ist. Stieg ist in Kopenhagen. Das sind sogenannte Prädikativergänzungen bei Copula-Verben. Wir bezeichnen sie auch salopp als Prädikate oder manchmal als Prädikatsnomina. Das ist ungünstig, weil Sie sehen, dass an derselben Position auch Nebensätze und PPs vorkommen. Also hier vom Prädikatsnomen zu sprechen, das ist ein Begriff, der an der Lateingrammatik klebt und den wir eigentlich hier nicht brauchen. Wenn es sich um ein Nominativ handelt, eine NP im Nominativ, wie in Stieg bleibt ein Arzt, dann handelt es sich bei dieser Prädikativergänzung um ein Nominativ, der nicht wie das Subjekt mit dem Verb kongruiert. So können wir sie ein bisschen von den normalen Subjekten abgrenzen. Weiterhin gibt es sogenannte Resultativprädikate. Wir schauen sie uns jetzt einmal an und fragen jeweils, sind das Adverben oder Adverbiale oder was eigentlich? Er fischt den Teich leer. Hier sehen wir jeweils in Blau das möglicherweise Resultativprädikat. Sie färbt den Pullover grün. Er stampft die Äpfel zu Brei. Was zeichnet diese potenziellen Resultativprädikate aus? Nun, wir können schauen, ob wir einen Test anwenden können, wo wir die Objekts-NP als Subjekt verwenden und das Resultativprädikat mit einer Coppola anschließen. Ich zeige Ihnen, was gemeint ist. Er fischt den Teich leer. Der Teich wird leer. Das folgt automatisch, logisch sozusagen, aus dem ersten Satz. Genauso wie beim zweiten Satz, der Pullover wird grün und die Äpfel werden zu Brei beim dritten Satz. Wenn dieser Test gelingt, dann haben wir es mit einem Resultativprädikat zu tun. Natürlich gibt es hier Ähnlichkeiten zu den Prädikativergänzungen, die wir eben auf der letzten Folie gesehen haben. Wir können das gerne Resultativprädikate nennen. Sie heißen natürlich Resultativprädikate, weil sie den Endzustand des Ereignisses beschreiben. Der Teich ist dann eben leer, der Pullover grün und die Äpfel sind Brei. Es handelt sich aber nicht um eine Angabe, sondern um eine Ergänzung, da sich die Valenz des Verbs insgesamt ändert. Fischen zum Beispiel hat normalerweise keinen Akkusativ, beziehungsweise können wir den Teich beim normalen Wort Fischen nicht als Akkusativobjekt verwenden. Er fischt den Teich. Das geht irgendwie nicht. Hier handelt es sich also um eine Valenzänderung und keine Adverben oder sowas, sondern Ergänzungen. Es gibt jetzt noch eine weitere Klasse, die wir uns angucken. Die Frage ist, sind das Prädikative oder Prädikatsnomina oder sowas? Ich halte den Begriff für unnütz. Sie gelten bei mir als Langweiler. Das Eis schmeckt toll. Es geht um die eingeklammerten Konstituenten. Wir können jetzt diesen Test von den Resultativprädikaten ausprobieren. Der Begriff ist, wird für unnütz. Sie sind, werden als Langweiler. Das Eis ist oder wird toll. Das kann man zwar sagen, aber das ist keine logische Folge daraus, dass das Eis toll schmeckt. Also wir haben hier keine Ähnlichkeiten zur Kopulativergänzung. Und die Form dieser Ergänzungen hier ist ja ganz spezifisch vom Verb vorgegeben. Dass hier für steht, hier als und so weiter und hier ein einfaches Adjektiv. Das bestimmt das jeweilige Verb. Wir haben es also mit PP-Ergänzungen zu tun, mit für in dem Fall oder als PP-Ergänzung. Da müssten wir jetzt über den Status von als nochmal reden. Aber was auch immer da rauskommt, gelten verlangt genauso eine Ergänzung. Und hier haben wir dann eine Adjektivergänzung bei schmecken. Wenn das vielleicht als Angabe behandelt wird, dann brauchen wir Zusatzbedingungen. Das ist das, was Sie in Vertiefung 2.2 in der dritten Auflage meines Buches nachlesen können. Das war alles, was ich Ihnen zu Subjekten, zu S, den verschiedenen Sorten von S und Prädikaten bzw. prädikativen Konstituenten sagen wollte. In der nächsten Woche geht es um Passive und Objekte. Und da das eine Wiederholung ist zur Morphologie, werden da einfach zwei Morphologie-Vorlesungen substituiert. Für eine Syntax-Vorlesung. Wir werden uns dann noch einmal sprechen, spezifisch zur Syntax, wenn es um die Syntax infiniter Verbformen geht. In diesem Sinne, bis dahin, vielen Dank.